Hey Leute, klickt doch auf die Glocke und aktiviert eure Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen und gerne könnt ihr mich auch auf Patreon unterstützen. Wenn Reality TV real wäre, boah, es ist real. Halt's Maul! Willst du mich zum glücklichsten Mann der Welt machen und mich heiraten? Nein, ich kenne dich seit zwei Wochen und wir haben bloß viereinhalb Stunden miteinander verbracht. Ich kann nicht mal deinen zweiten Namen. Ich habe keinen. Siehst du, das ist seltsam. Nein. Leute, wir müssen diese Küche aufräumen. Du wischst das Geschirr ab, du wischst den Boden, du machst den Ofen sauber. Gott, ihr seid sowas von faul. Scheint so, als müsste ich ein paar neue Kuchen anheuern. Dieses Design ist... ...verrückt. Niemand würde das tragen. Ja, das ist absolut ekelhaft. Vielleicht designst du ein T-Shirt. Die Leute lieben T-Shirts. Ja, und vielleicht drückt ihr dieses Meme drauf. Vielleicht dieser Junge, der das macht. Ja, der Junge. Der Meme-Junge, der das macht. Ja, du verstehst es. Ja, die Leute lieben Memes, nicht diesen Müll. Mach deine Arbeit. Nun, hier ist er. Ich gehe mit den Sternen tanzen. Oh Mann, ich liebe Tanzen. Also, liebt ihr eher so Zalza oder... Oh Mann, das wird hier langsam heiß. Vielleicht tanzen wir auch Tango, oder? Oh, 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 oh mein Gott. Schau dir diese Scheiße an! Ja, Chef. Das ist verdammt nochmal roh, du verdammter Esel! Ja, Chef. Oh mein Gott, tut mir leid. War das okay? Oh ja, aber sowas von. Ähm, vielleicht könntest du mich im nächsten Tag einen verdammten, idiotischen Kuhficker nennen? Uh, Kuhficker. Ja, das ist toll. Cool. In Ordnung. Ja, Chef! Kuhficker! Ja, Chef! Ja, Chef! Und Americas Next Topmodel ist... Wer auch immer von euch beiden die meisten Instagram-Follower hat. Jeder glaubt, dass Mike ein Arschloch sei, aber mir ist das egal. Tatsache ist, ich bin ein ziemlich entspannter Kerl, also lass ich sowas gar nicht an mich ran, wisst ihr? Ich mag keine Kämpfe. Okay, das ist verdammt langweilig. Kannst du das Drama aufdrehen? Ja, bin dran. Mike ist ein Arschloch, also lass ich so ein Arschloch kämpfe. Mike, lass ich's da nicht ran, so ein Arschloch. Arschloch, Arschloch, Arschloch. Also das ist juicy. Ha, juicy Lucy. Kim! Hey, Kim! K-Kortney! Kim! Puh. Oh. Es ist echt schön, mit diesen Kardashians mitzuhalten. Deswegen heißt die Show wohl Keeping Up With The Kardashians. Yo Leute, Dragon Dapir. Wenn ihr euch das originale Video ansehen wollt, dann klickt auf das Link gefällt. Und für das letzte Video auf meinem Kanal, klickt auf das rechte Feld. In der Mitte seht ihr die Castliste und unten rechts alle Social Media Sachen. Oh ja, und nicht vergessen, abonnieren. Ciao. Oh ja, und nicht vergessen. Börg, doch wie cool ja.